Pass auf, würdest du lieber die Toilette beim ersten Date zu Hause bei der Dame oder am ersten Tag am neuen Arbeitsplatz verstopfen? Das ist natürlich immer so, ich mag. Ich sag natürlich immer, oh, ein Atelier. Ich habe eine Fälle gemacht. Ich möchte und ich werde meine Fälle integrieren. Das gibt es nicht. Deutschland ist Basketball-Basemeister. Ich leg mir das mal drei Tage die Eiskunde und dann sehen wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Doppelstunde Sport, Kabinengeflüster und Hidden Champions mit Diggi und dem Langen. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Doppelstunde Sport. Wir sind bei Folge 7, diesmal wieder alleine, aber wir haben trotzdem sehr coole Themen, wie ich finde. Ich begrüße euch alle, liebe Hörer und Hörerinnen und natürlich auch dich, lieber Langen. Ja, herzlich willkommen und Glück auf. Das ist ja das Gute, dass wir den Podcast zusammen machen. Dann haben wir zumindest immer uns, selbst wenn wir keinen Gast dabei haben. Ja, wie geht es dir? Was hast du so die letzten Tage getrieben? Mir geht es gut. Meine Rippenprellung ist auch wieder verheilt. Ich habe die erste Trainingseinheit mit den Altherren jetzt gestern hinter mir. Wir haben dich übrigens gestern vermisst. Wir waren ungerade. Ja, die zwar wegen dir. Ich habe gestern Wasserball gespielt und nicht nur jetzt trainiert, sondern wir hatten ein Spiel. Deshalb musste ich leider absagen. Ah ja, okay. So wie ist das Training dann gelaufen? Hast du keine Luft gehabt, weil die Rippe wehgetan hat oder weil du wochenlang nichts getan hast? Eher zweiteres. Wochenlang nichts getan, ich glaube sechs Wochen oder so. War natürlich arschkalt und natürlich, es hat ja auch geschneit. Also beim Aufwärmen haben wir alle noch gesagt, auch hier so mit wegrutschen ist ja eigentlich gar nicht. Geht noch einigermaßen, aber im Spiel selbst. Gut, die anderen hatten, glaube ich, weniger Probleme als ich, aber ich lag auf jeden Fall des Öfteren auf dem Boden. Das ist halt deine Geschwindigkeit. Wenn du keinen Grip hast bei deiner Geschwindigkeit, da rutscht der so durch. Das war auch meine Entschuldigung am Ende. Ich habe auch gesagt, ich bin viel zu flink für diesen Schnee hier. Wie der Roadrunner, wenn der immer durchgedreht hat, bis der dann mal gestartet ist. Miep, miep. Ja, genau so. Ja, nur, dass er bei den alten Herren eh immer piepst, schon beim Rückwärtslaufen. Das LKW-Piepsen, ne? Ja, aber sehr schön. Freut mich, dass du wieder zurück bist, dass du ja wieder was machen kannst und dass du scheinbar ganz gut ausgehalten bist. Und hoffentlich bist du da die nächsten Wochen erstmal verschont. Und 29.2. ist ja tatsächlich dann das nächste Pokalspiel, kannst du die andere Seite der Rippen einhauen lassen. Da geht es auf die Asche, da ist es noch brutaler. Lass uns noch mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Wir hatten letzte Woche Samstag als Herrenversammlung. Du warst auch da. Ja, wie immer ja feuchtfröhlich zum Ende raus. Tatsächlich überraschend, dass wir so viele waren. Wir waren, glaube ich, schon mal weniger. Schätzungsweise waren wir so 70 Leute. Mit Sicherheit, aber. Ja, mit Sicherheit. Und ich fand es auch gut. Gute Themen. Nicht immer nur alles Friede, Frodo oder Eierkuchen. Aber dafür sind die Veranstaltungen ja da. Und wir hatten Wahlen. Diggi, du bist Präsident. Präsident? Schon wieder. Du warst ja schon mal Präsident. Weißt du doch, als du mal Präsident warst auf dem Campingplatz, als du damals deine Harley gekauft hast, da haben wir dich da alle verarscht, dass du jetzt der Präsident von einem Rockerclub bist. Nee, der Boss. Der Boss war ich da. Ja, der Boss. Der Boss ist da, genau. Nee, ich bin natürlich nicht. Ja, aber du bist jetzt Geschäftsführer, ne? Alte Herren. Oder Geschäftsführer Spielbetrieb. Ja, das nennt sich Geschäftsführer. Genau, Geschäftsführer Spielbetrieb. Ich kümmere mich dann quasi, dass Spiele gespielt werden. Jetzt Freundschaftsspiele oder auch in Verbindung mit Dado, der dann neuer. Was ist er denn dann? Sportlicher Leiter der Alternabteilung? Wie nennt man das dann? Ja, der ist Leiter der Alternabteilung, ja. Genau, und wir zusammen kümmern uns darum, dass dann halt die Spiele stattfinden. Ich selber mache es natürlich auch nicht allein. Ein guter Freund, der Edis, unterstützt mich dann dabei. Und dann sollten wir hoffentlich in den nächsten Jahren auch wieder vermehrt Spiele haben, was in den letzten Jahren so ein bisschen gelitten hat. Sehr cool, also mich freut's. Auch die, die es vorher gemacht haben, haben sich da immer größte Mühe gegeben. Da gab es auch keinen Grund, finde ich, also hat jetzt nicht an den Personen unbedingt gelegen, nur dass man das gewechselt hat. Nein, absolut nicht. Ein bisschen verjüngen und alles gut. Also nochmal vielen Dank an Wolle und Hadi, die das halt jahrelang gemacht haben. Genau. So, wie sah denn sonst so dein sportlicher Start 2024 aus? Hast gerade schon erzählt, Spiele gehabt. Wie waren so die letzten Spiele und was steht so die nächsten Wochen dann bei dir an? Ja, also ich bin super schwer reingekommen durch die ganze Pause, die zwei, drei Wochen, die wir da hatten. Also wir haben grundsätzlich durchtrainiert. Der Trainer war lange im Urlaub, aber es haben sich immer welche getroffen, die geschwommen sind und trainiert haben. Aber ist halt trotzdem nicht vergleichbar mit so einem ganz normalen Training und dann hast du auch nicht so kontinuierlich durchtrainiert. Deshalb, der Start war wirklich für einen knallroten Sack und super schwer da reinzukommen. Ja und jetzt bei den Spielen, also erste Mannschaft hatte jetzt Saisonstart letzte Woche und ich bin nicht im Kader gewesen, bin dafür gestern im Kader gewesen. Und da hatte ich ja mal am Anfang des Podcasts gesagt, wie das so ist, dann können ein paar nicht oder sind verletzt und so weiter, ein, zwei sind noch im Urlaub, dann werden da plötzlich Plätze frei und dann habe ich gestern zumindest mal so ein paar Minuten dann bekommen und mitgeholfen. Ja und zu den Spielen, erstes Spiel war nicht so ganz unsers, ging dann ziemlich deutlich auch verloren. Und beim zweiten Spiel haben wir die erste Halbzeit wirklich gut mitgehalten und haben da 6-5 zurückgelegen und zweite Halbzeit ein paar blöde Fehler gemacht, die man halt in der ersten Halbzeit nicht gemacht hat und dann auch konditionell so ein bisschen ins Hintertreffen geraten und dann verlieren wir das ganze Ding dann 6-16. Aber gut, in Summe alles in Ordnung oder 6-15, ja, kann sein. Das eine Tor, der eine Schnaps, der tut da auch nichts mehr. Aber die Stimmung ist gut, das ist halt das Coole daran. Jetzt geht es direkt morgen weiter, ich bin nicht dabei, geht auswärts direkt weiter in Coesfeld und dann wird man weitersehen und man merkt, dass hier und da einfach Verbesserungen reinkommen und das ist halt das Positive. Und darum geht es, haben wir ja ganz oft schon gesagt. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ein Thema, darüber hatten wir uns vor ein paar Tagen unterhalten, was ich total interessant fand. Du hast ja erzählt, dass du bei dem ersten Spiel jetzt gar nicht mitgespielt hast, sondern du warst Protokollführer. Kannst du das vielleicht mal für die Hörer erzählen, was es damit auf sich hat? Ja, ist ziemlich schnell erklärt. Und zwar, es gibt zwei Hauptschiedsrichter, die stehen sich gegenüber am Beckenrand und laufen die ganze Zeit quasi wie der Linienrichter beim Fußball immer auf und ab. Die beiden bei uns im Kreis sind die mittlerweile mit einem Headset verbunden und kommunizieren direkt. Aber das Ganze muss halt auch nachverfolgt werden. Und dafür gibt es halt den Protokolltisch. Und am Protokolltisch müssen eigentlich drei Leute sitzen. Der eine ist der Hauptzeitnehmer. Wenn Spielunterbrechungen sind, Eckball, Rausstellung oder fünf Meter oder so. Oder Tor gefallen und dann geht es wieder zur Mittellinie. Dann wird die Uhr gestoppt, die Hauptzeit. Das ist der eine. Der muss dann auch immer dem Protokollanten dann später sagen, bei irgendeinem Ereignis zu welcher Zeit. Das wird wirklich festgehalten. Wir machen es am Rechner, andere machen es noch im Blatt Papier. Und dann gibt es noch einen, der heißt 20, 30 Sekunden. Also der hat diese Spieluhr. Weil wir haben ja eine Shot Clock wie beim Basketball. Du hast nur 30 Sekunden Zeit ab Ballbesitz zum Torabschluss zu kommen. Wenn zum Beispiel Eckball ist oder da wird jemand rausgestellt beim schweren Foul, dann hast du nochmal 20 neue Sekunden. Und diese Zeit muss die ganze Zeit genommen werden. Und da achten halt nicht die Schiedsrichter drauf, weil die müssen die Augen im Wasser haben. und die drei Protokollanten, die sitzen dann halt am Rand. Und ich habe das Protokoll gemacht. Ich habe am Rechner gesessen und muss dann die ganze Zeit notieren. Und dann klickerst du da alles ein. Und da läuft die Sanduhr. Da ist schon wieder das nächste Ereignis. Da bist du wahnsinnig. Eigentlich siehst du da gar nichts vom Spiel. Du glotzt die ganze Zeit nur auf diesen Rechner und tippst alles ein. Deshalb ist das auch ein recht unbeliebter Sport. Also der Tisch, die Funktion muss aber sein, weil du bist gefordert als Heimmannschaft, dann halt den Protokolltisch da voll auszuführen. Ansonsten kann das Spiel nicht stattfinden. Und zahlst du auch Strafe. Und von daher muss da jeder mal ran. Man muss da auch so eine Tagesschulung auf dem Sonntag mitmachen und so, um die Basics zu bekommen. Ja, das ist eigentlich das, was wir da machen. Wer Handball spielt, kennt es auch vom Handball. Da sitzen auch immer Protokollanten noch an der Seite. Und so ähnlich ist das beim Wasserball. Ja, interessant, interessant. Ja, Diggi, ich bin sportlich gestartet. Du aus der Verletzung wieder raus. Wir hatten tatsächlich in der Winterpause auch mal so drüber gesprochen. So ein bisschen glücklich sind wir ja schon. Also ich kann da auf jeden Fall für sprechen. Ich glaube, dich hat es auch noch nie so mega hart und lange getroffen. Aber Sportverletzungen kennen wir Leute, die sind gebeutelter als wir, oder? Auf jeden Fall. Also da klopfe ich jetzt auch noch mal dreimal auf meine Schulter. Ich hatte durch den Fußball noch nie, ich klopfe noch mal, noch nie eine krasse Verletzung. Jetzt außer eine Bänderdehnung oder eine leichte Prellung. Jetzt tatsächlich mit der Rippenprellung war somit das Heftigste. Oder mal eine Achillessehnenentzündung. Auch unangenehm, aber noch keinen krassen Bruch oder so. Also die schlimmsten Verletzungen, die ich eigentlich hatte, waren außerhalb des Fußballplatzes. Ich weiß nicht, ich hatte mal mit 13 oder 14, aber ich bin mir mal meine Kniescheibe gebrochen. Das war unangenehm. Da bin ich, wenn du mich fragst, wie das passieren konnte. Unangenehm ist noch ein netter Begriff. Ich bin damals mit meinem Zulinksbruder, sind wir Fahrrad gefahren. Wir waren auf Schmalorstraße. Für diejenigen, die sich in Horst auskennen, das ist so eine Hauptverkehrsstraße. Da ist auch ein Fahrradweg und wir sind da mit Highspeed. Also es war gefühlt bestimmt 70 kmh. Naja, also sagen wir mal eher 30. Aber nichtsdestotrotz kam uns ein Fahrradfahrer entgegen und wir sind dann auf dem Bürgersteig ausgewichen. Mein Bruder war vor mir. Ich konnte jetzt nicht direkt sehen, was da so kommt. Aber da muss wohl direkt so ein Pfeiler in der Mitte vom Bürgersteig gewesen sein. Also er ist noch ausgewichen. Ich bin da richtig gegengeknallt und habe dann so einen halben Vorwärtssalto über den Lenker gemacht und bin auf beide Kniescheiben dann aufgeprallt. Und ja, das Krankenhaus war jetzt auch nicht so weit entfernt. Und dann sind wir dann gemeinsam dahin gehumpelt. Und dann haben wir im Nachgang in dem rechten Knie, ich glaube, 50 Milliliter Blut rausgeholt. In dem linken 30 Milliliter. Also die mussten das rausholen, damit sie mich auch irgendwie richtig röntgen können. Und ja, und dann war die Kniescheibe durch. Und dann hatte ich sieben Wochen lang von unten vom Knöchel bis oben, also oberste Stelle vom Oberschenkel halten, Gips. Und ja, das war nicht gut. Das war eigentlich so das Heftigste. Aber bei dir kann ich mich noch daran erinnern, da war ich auch live dabei, wie du dir mal ein, ich weiß nicht, hast dir die Hand gebrochen, glaube ich, als du da auf dem Ascheplatz aus Wut auf dem Boden geschlagen hast. Genau, wie du auch, eigentlich nie schwer verletzt. Ich habe nochmal schwer darüber nachgedacht, ich hatte auch noch nie so einen Muskelfaserriss oder irgendwie sowas. So eine leichte Zerrung habe ich, glaube ich, zweimal gehabt, mehr auch nicht. Aber wie du sagst, wir hatten ein Heimspiel auf Asche 2009. Muss im März gewesen sein, weil ich nächsten Monat nach Ungarn gereist bin beruflich. Und da wollte man mir die Drähte später dort ziehen. Da habe ich dann doch verneint und darauf verstanden, hier operiert zu werden. Ja, da haben wir gespielt. 1-0 ging das später aus. Und der Schiri, also ich kannte den schon von Kindesbeinen an. Und der war schon immer ein Vollidiot. Und der hat wirklich schlecht gepfiffen. Das ist halt eine. Aber dann, da war so eine Situation, ich kriege den Ball, jemand startet los aus der eigenen Hälfte. Ich spiele ihn in den freien Raum, in die andere Hälfte rein. Und der wäre durch gewesen. Ja, und dann pfeift er abseits. Und dann sind so Dinge, da drehst du am Rad. Also wenn einer irgendwo abseits sieht, wo keins war, kein Thema. Aber diese Basics, da startet einer in der eigenen Hälfte los. Und da habe ich auch vor Wut mit der Faust so gerade auf die Asche geschlagen, weil ich ja ihn da nicht anmeckern wollte. Und habe mir dabei die Mittelhand gebrochen. Dann habe ich noch zu Ende gespielt. Drei Bier getrunken, bin in die Kabine und dann zum Krankenhaus. Und dann haben die gefragt, wie viel Uhr passiert wäre. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe gesagt, so um halb zwei oder so. Dann sagten die, ist doch jetzt sechs Uhr, wo waren Sie? Dann habe ich gesagt, ich habe nur eine Kiste getrunken. Jetzt bin ich hier. Ja, war eine ganz doofe Phase, weil ich war mitten in meinen letzten Klausuren im Studium. Und ja, da wurde ich zwei Tage später operiert. Und direkt nach der OP habe ich dann wieder im Krankenbett gesessen und gebüffelt. Ja, weil ich die letzten Klausuren hatte. Und dann habe ich für jede Klausur, glaube ich, noch 20 Prozent extra mehr Zeit bekommen, weil ich mit links schreiben musste oder irgendwie so. Ach du je. Ja, ja, aber ganz kurios. Also würde mir auch so nicht nochmal vorkommen. Ich glaube, ich könnte gar nicht mit links schreiben. Ja, wir Ingenieure mussten zum Glück meistens nur rechnen. Man musste ja keine großen Lettern schreiben. Also ein paar Zahlen. Ja, okay, Zahlen kriege ich auch noch hin. Ja, genau. Ja, ja. Ja, Digi. Aber warte mal, du mit dem Handgelenk oder hast du es aber? Du hast dir doch nochmal die Hand gebrochen oder nicht, ne? Ja, die andere auf dem Trampolin. Ja. Ja, genau. Während der Flitterwochen. Christine und ich hatten die Challenge, wer als erstes auf dem Trampolin den Vorwärtssalto steht. Und dann haben wir nach dem Abendessen oder beim Abendessen nur zwei, drei Wein getrunken. Waren in Italien, in Sardinien. Und da kann man gut Wein trinken. Und ja, dann sind wir zu so einem Kinderspielplatz. Und da war das Trampolin, ne? Und dann, ja, abends im Dunkeln oder halbdunkeln, so um neun, nochmal versucht, ja, ja, ob man da nicht schon mal den Vorwärtssalto schafft, ne? Ja. Habe ich nicht geschafft. Und habe mir dann dabei doppelt die Mittlerhand gebrochen. Ja, war doof. Ich habe danach nur ACDC verpasst, ne? Ich hatte Karten für ACDC und habe im Krankenhaus gelegen. Und die spielten in der Arena. Und ich habe durchs Fenster, habe ich dann Highway to Hell gehört. Da habe ich mich dann richtig geärgert. Sehr geil. Naja. Also Digi, 18.1. haben wir heute. Und trotzdem haben wir schon mega viel Sport, ne? Alles balzig, Handball-EM. Du hast Football geguckt. Dein erstes Football-Spiel. Bist du lange wach geblieben? Oder hast du nochmal Mittagsschlaf gemacht nach der Alternversammlung letztens? Du hast die Dolphins geguckt, ne? Gegen die Chiefs. Genau, richtig. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, Dolphins-Fan zu werden. Ich muss mich ja für eine Mannschaft ... Weil dir die Farbe gefällt. Nein, das hat einen anderen Grund. Oder weil du Delfin-Tattoo gerne hättest. Genau. Ich habe ein Delfin-Tattoo. Nein, Quatsch. Am Bauchnabel. Nein. Ich war vor sieben, acht Jahren, war ich in Miami und habe mir da eine Dolphins-Cappy gekauft. Ohne zu wissen, warum. Heute weiß ich es. Ich war wohl schon lange tief im Herzen Dolphins-Fan. Das war eine ... Ja, das war wohl Schicksal. Ich weiß es nicht. Und deswegen bin ich dann Dolphins-Fan, habe dann am Wochenende das Spiel gesehen. Ich hatte vor, wir hatten vor, wir sind auch relativ früh von der Abteilungs-, also alteren Abteilungsversammlung auch abgehauen. Und haben gesagt, komm, das Spiel fängt erst zwei Uhr morgens an, lass uns nochmal irgendwie ein, zwei Stündchen pennen. Hat natürlich super geklappt. Ich habe nicht eine Sekunde gepennt. Ich habe es versucht, aber man liegt dann ja dort auch wach. Aber ich sage mal, mit drei, vier Dosen Red Bull, da kann man so eine Nacht auch noch durchhalten. Das ging tatsächlich, ja. Doofer natürlich, dass mein allererstes Live-Spiel, was ich gesehen habe, dann noch die Dolphins, habe ich mich gefreut. Und dann verlieren sie aber 7 zu 26 gegen die Chiefs. Leider. Ich weiß nicht, für diejenigen, die sich interessieren, was das Besondere auch noch unter anderem bei dem Spiel war. Es herrscht ein Minus 20 Grad, also muss man sich mal vorstellen. Und da sind einige der Jungs, also bestimmt die Hälfte, ohne Longshirts drunter rumgerannt. Also sprich, nackte Haut, Minus 20 Grad, stell dir das mal vor. Also gestern beim Training, wir hatten 0 Grad, glaube ich. Ich hatte ein Thermoshirt, ein normales T-Shirt und dann nochmal zwei Trainingsjacken. So, damit ich nicht friere. Das sind Maschinen. Ja, du musst dich auch bewegen. Ach stimmt, beim alteren Training wird sich ja nicht so viel bewegt. Da braucht man auch so dicke Jacken. Ja, ist krass. Also der Kiki, hier unser Gast aus der zweiten Folge, der hatte ja auch uns gesagt, dass egal wie kalt es ist, der spielt immer ärmellos. Also er hat auch immer nackte Arme und ja, keine Ahnung. Was ich halt so ein bisschen schade finde oder komisch bei den Playoffs, da gibt es halt kein Hin- und Rückspiel. Also du hast nur ein Spiel, aber dann, je nachdem wie du gesetzt wirst, dann halt auch in der entsprechenden, also bei dem Gastverein zum Beispiel. Und die Chiefs, das ist ja auch eine lange Strecke bis nach Miami, die hatten jetzt Minus 20 Grad und Miami herrschen Plus 20 Grad. Also glaubst du, dass es fair ist? Ich meine, wenn es jetzt ein Turnier an einem Ort ist, so wie bei einer WM, Fußball-WM oder so, klar, wenn dann die Finalrunden kommen, ist klar, dass es da nur ein Spiel gibt. Aber ich finde, wenn man auswärts zu einer anderen Mannschaft muss, wo dann zu 80 Prozent nur Publikum und Fans dann der Heimatschaft da sind, also ich finde es ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen unfair, glaube ich. Also Hin- und Rückspiel, wir sind es halt aus dem Fußball, glaube ich, so gewohnt. Woanders, es gibt, glaube ich, viele Sportarten, wo dieses Hin- und Rückspiel gar nicht so dabei ist. Ist halt so, die hätten ja auch zum Beispiel aus ihrem kalten Loch dann plötzlich bei 20 Grad spielen müssen und kommen dann mit der Temperatur nicht klar. Ich denke mal, das ist einfach so ein Ansporn und den finde ich gut, dass du in der Saison deine bestmögliche Leistung gibst, damit du halt dieses Heimrecht bekommst und dass du nicht auswärts spielen musst oder vielleicht auch mal ein oder anderes Spiel so ein bisschen schleifen lässt, um irgendjemandem aus dem Weg zu gehen, sondern bewusst sagst, komm, ich will dieses Heimrecht haben, ich will in meinem eigenen Heim oder Wohnzimmer spielen. Ich glaube, dass das eigentlich ganz cool ist, also für die Regular Season. Das ist ja das, was mich so manchmal beim Basketball ankotzt in der NBA. Ey, die haben 82 Spiele, das ist einfach viel zu viel, das ist viel zu lange Zeit, dass halt auch schlechte Mannschaften bewusst irgendwann mal schlecht spielen. Wenn die nach 50 Spielen merken, wir kommen einfach nicht mehr auf einen grünen Zweig, dann fangen die zum Teil und man darf den oder ist immer schwer, denen das so nachzuweisen, aber dann fängt das Tanken an. Und Tanken heißt einfach, irgendwie bewusst zu verlieren, damit du, wenn der Draft für die nächste Saison losgeht, eine bessere Position hast und da gute Spieler bekommst. Und das finde ich halt einfach scheiße. Wir haben es gerade schon einmal gesagt, Handball-EM jetzt in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt. Also ich kann nur sagen, schaltet ein, ist phänomenal. Also macht riesig Spaß zuzugucken, nicht nur die Deutschen, sondern auch andere Spiele. Einer der Favoriten, mit Favoriten, sagen wir mal so, mit Spanien, das ist schon ausgeschieden. Spanien, ne? Genau, ja. Jetzt haben wir gerade Auszeit. Ich weiß gar nicht, jetzt gerade nicht mehr drauf geguckt, aber war recht ausgeglichen. Ja, hoffen wir mal, dass es da gut weitergeht, dass wir da noch ein oder andere Ründchen weiterkommen. Danach ist ja Halbfinale, ist ja jetzt nochmal jeder gegen jeden da in der Zwischenrunde. Stimmung ist immer grandios, wenn du mal einschaltest, richtig krass. Gab's, ich meine, hast du es sehr verfolgt, war für dich so eine Überraschungsmannschaft dabei? Also ich fand, also ich gucke jetzt zum Beispiel nicht jedes Spiel, also wenn dann halt Deutschland, außer jetzt, ne? Aber mit den Ferro-Inseln, hast du das mitbekommen? Unentschieden gegen Mitfavoriten? Ja. Gegen Orwegen, ne? Ja, aber auch Schweiz, obwohl Schweiz noch mal höher anzusiedeln ist als Faroe, aber auch die zwingen unentschieden gegen Frankreich in der Gruppenphase. Und ja, ist ja immer schön, wenn sowas dabei ist, ne? Also, wir sind Gruppen zweiter, weil wir gegen Frankreich auch knappes Spiel verloren haben. Heißt jetzt gegen Island, ne? Eigentlich bist du gezwungen, ja, gegen Island und Österreich und Ungarn und Kroatien und eigentlich bist du gezwungen, alles zu gewinnen. Weil du halt keine Punkte aus der Vorrunde mit in die Zwischenrunde genommen hast, ne? Und dann bist du eigentlich gezwungen, alles zu gewinnen. Und dann wird man da weiterkommen, weil danach ist ja Halbfinale, gibt da jetzt diese zwei Sechsergruppen und, ähm, dann schauen wir mal. Dann drücken wir den Jungs die Daumen, ne? Ja, aber ich finde es gut, ne? Alle zwei Tage spielen ja jetzt. Ähm, aber wir müssen jetzt trotzdem einmal noch beim Fußball einhaken, weil, und das können wir ja nicht irgendwie unterm Tisch fallen lassen, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, wir, ähm, sind ja Fan des Zweitligisten. Das einzig wahren Zweitligisten. Ja, und, genau. Aber es ist traurig, dass wir Zweitligisten sagen müssen, ne? Ja. Also fühlt sich falsch an. Ist richtig, aber weil da so viel verkehrt gemacht worden ist, müssen wir es akzeptieren. Wir können es keinem in die Schuhe schieben. Das ist tatsächlich so, dass das unsere eigene Suppe ist, ne? Was ist denn dein Tipp, wo landen die Blauen am Ende der Saison? Äh, boah. Oder am anderen, fangen wir mal an. Mit welchem Gefühl gehst du Samstag ins Stadion? Ja, aber direkt gegen Hamburg. Ja. Also, ähm, mit viel Glück. Vielleicht holen wir einen Punkt, ähm, aber ich glaub nicht, dass wir gewinnen werden. Und meine Prognose, ähm, für die Endplatzierung, also wir können glücklich sein, wenn wir irgendwie auf Rang 10 landen, glaub ich. Ähm. Ja, ähm, ich, also erstmal zum Gegner, kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil die auch so ein bisschen gekriselt haben zuletzt, da liest man aber viel, ne, ob der Walter noch der richtige ist und so. Der Jansen ist jetzt, Marcel Jansen ist da aus dem Präsidium ausgetreten, äh, liest man gerade so ziemlich viel, kann ich überhaupt nicht einschätzen, ob die jetzt sich zusammengerissen haben in der Winterpause oder nicht, äh, wen wir da erwarten am Samstag. Ja, bei den Blauen, ich hab's so ein bisschen mal verfolgt bei YouTube, mir die Vorbereitungsspiele zum Teil so angesehen, sah schon nicht so schlecht aus wie in der Hinrunde, aber ist ja immer, die Blauen sind immer eine Wundertüte, ich glaub aber tatsächlich, dass wir gewinnen. Nur, äh, es wird halt nicht für vorne reichen, so realistisch muss man sein, da müsstest du halt, ähm, so gut wie alles eigentlich gewinnen, ne. Ähm, aber ich, ich hoffe, dass so ein Tabellenplatz und ich, ihr legt mich mal fest, Tabellenplatz sieben dabei rumkommt. Einfach auch mal als Zeichen in die nächste Saison, ne, dass man halt nicht unten rumgepimmelt hat, sondern dass man sich auch nochmal zusammengerissen hat, ja, und eine gute Rückrunde gespielt hat und mit diesem Spirit in die nächste Saison geht, ne, auch für neue Spieler, ähm, ich glaube, dass das ganz gut tun würde und würde mich freuen, ne, wenn da was Vernünftiges bei rumkommt. Ein guter Freund von uns hat mal gesagt, äh, äh, ich glaub, ja, diese Saison werden mal so eine Niemandsland-Titte, ne. Ja, genau. Irgendwo. Wie der Korn im letzten Podcast sagte, ne, dann fährst du irgendwann am Ende der Saison 500 Kilometer, ne, um, um die goldene Ananas zu spielen, ne. Ja. Naja, ähm, da sind wir doch, sind wir thematisch durch. Erste Liga, ach so, erste Liga, erste Liga, also Meister, ich glaub, dieses Jahr legen die, äh, dieses Manko ab und, äh, Leverkusen macht's. Ich glaub, die machen's echt. Die spielen einen echt geilen Fußball, muss ich sagen, ne. Ja, ja. Und, ähm, der Coach macht alles richtig, finde ich, oder macht vieles richtig. Und, äh, äh, das haben wir den Dusel, äh, also das, was man Bayern immer so nachgesagt hat, so mit dem, dass es Leverkusen zum Teil auch hat, aber auch verdient, ne. Also, spielen guten Fußball, gefällt mir. Ja, ja, jetzt hier, glaub ich, 90. plus 4 oder so machen die das 1-0. Kannst nicht jeden Sieg immer schon in der 70. eingetütet haben. Ja, aber, wie du sagst, ne, die spielen einen geilen Fußball, da macht's wirklich Spaß zuzugucken. Haben jetzt auch welche, die diese abgeben mussten zum Afrika Cup. Gucken wir mal, wie, wie sie das kompensiert bekommen. Aber in Summe sind die ja super eingestellt. Und wenn sich da jetzt nicht noch drei Leistungsträger schwer verletzen oder so, dann, äh, ist das in Ordnung. Richtig geil fand ich. Ich hab gehört, dass, äh, Bayern an, äh, Wirz interessiert sei. Und dann hab ich auch gehört, dass man gesagt hätte, oder, ne, irgendwie Forderungen ins Schaufenster gestellt hätte von ungefähr 130, 140 Millionen Euro. Da muss ich, ich muss ehrlich sagen, das ist mal selbstbewusst sein. Ne, wenn überall woanders Halbbeinige für 35 Millionen Verkaufsfirmen, einfach mal zu sagen, okay, für den nehmen wir 130, das find ich gut. Ne, damit ist die Tür auch zu. Ich mein, ich sag mal, der ist schon krass, ne hohe, hohe Ausnummer. Allerdings, ähm, ich würd' den aber auch nicht für unter 70 abgeben, ne? Also, 70, 80 ist er, glaub ich, der ist Granate, der wird's. Ja, wenn du für einen Harald Cain, äh, 100 zahlst, ne, mit 31, dann, ja, der Junge, der hat ja noch alles vor sich, ne, ist der 20, 21? Irgendwie so, ne? Ach, ich hab's, ich hab nicht alle 365 Bundesligaspieler im Kopf, aber irgendwie so. Ja, einfach ne Granate. Also, ja, wer ist denn dein Meister? Hast du mir zugestimmt oder nicht? Hab ich schon wieder vergessen? Ja, auf jeden Fall. Also, für mich ist es auch Leverkusen, ähm, große weitere Überraschung ist für mich auf jeden Fall auch Stuttgart, ähm, wenn du dir vorstellst, die letzten Jahre auch eher gegen Abstieg gespielt, aber ich glaub nicht, dass die, also ich würd's den auch gönnen, die Saison, tatsächlich auch, wenn sie jetzt in den Top 5 landen, ähm, würd mich freuen. Ich glaub's aber nicht. Ich glaub, bei Stuttgart, da wird zum Ende der Saison auch die Luft so ein bisschen raus sein, was aber auch nicht schlimm ist, find ich. Ja, ansonsten, äh, größte Enttäuschung, Dortmund auf jeden Fall. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt Schalke-Fan bin und ich mich freue, dass die, äh, auf Platz 5 sind, weil ich mein, letztendlich spielen die ja immer eigentlich einen guten Fußball, aber für mich persönlich eine Enttäuschung, ähm, auf Platz 5. Ja, und, 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 äh, Absteiger, was sagst du, wer steigt ab? Alle drei, die da gerade unten drin stehen, äh, Mainz, Köln, Darmstadt, genau so für mich, also, ich würde die Mainzer vielleicht sogar noch auf 16 dann halt sehen, sind sie jetzt, glaub ich, auch gerade, weil... Mit Union? Die Bochumer, ja, Union, ich glaub, die haben zu viel Klasse, um da unten drin zu bleiben und jetzt mit dem Trainerwechsel... Wann zeigen sie denn auch mal die Klasse, ne? Ja, haben sie zum Schluss auch schon mal gezeigt, haben da ein bisschen was aufblitzen lassen, ist schon besser geworden, ähm, haben dann auch einfach zu viel Klasse, um da unten permanent drin zu bleiben und, äh, Bochumer machen das gut mit allen ihren Möglichkeiten, also riesen Lob da auch an Bochum, ne, seitdem die in der ersten Liga wieder zurück sind, die machen aus ganz wenig, machen die viel. Das ist jetzt nicht so dann halt wie, äh, Freiburg, die dann auf Platz 6 sind, aber die Freiburger haben ja auch ein Jahrzehnt gebraucht, um da hinzukommen, ne, und die machen echt in Bochum super, super viel, äh, richtig mit den wenigen Mitteln und, äh, ja, großes Lob dahin, ne, und dann ist da ja noch Bremen, äh, unten in der Verlosung, Augsburg sind, glaube ich, jetzt schon wieder acht Punkte weg, also von daher, für mich sind die drei da unten drin und da ist dann auch nichts mehr zu erwarten. Aber schon, ich erstaue nicht, dass Union Berlin als, als Champions League Teilnehmer da unten rumgurkt, ne, aber naja. Ja, ähm, enttäuschend, für mich sogar noch enttäuschender als die Dortmunder, weil die, ähm, ja eigentlich so einen riesen Lauf hatten, ne, und, äh, wenn, wenn Union jetzt auf Platz 10 stünde, würden alle sagen, okay, ne, ähm, dann war die letzte Saison einfach mal ein Ausreißer und jetzt sind sie da angekommen, wo sie eigentlich hingehören, aber jetzt auf, äh, äh, teilweise Tabellenvorletzter und so, ähm, da gehören die einfach auch nicht hin und sind mit der Mannschaft, äh, werden die dem da auch nicht gerecht und da muss ich ehrlich sagen, das ist wieder enttäuschend, also da enttäuscht der Fußball ja auch immer wieder, äh, dass du eine Mannschaft hattest, die so geil zusammengespielt hat, ähm, so ein richtiges Team war und dann veränderst du auf ein paar Positionen, weil du halt plötzlich Champions League spielen willst, veränderst dann einiges und das ganze Ding geht den Bach runter. Und, äh. Aber komisch, du hast dich ja aber auch mit Spielern, äh, sag ich jetzt mal, laut Papier eigentlich, also mindestens, also ich würde sagen auch verbessern, ne, den, äh, Gosens geholt, ne, ähm, weißt du, wer noch dazu kam? Bonucci, genau, äh, Volland, ich will auch niemanden davon individuell was, ne, aber der Korner hat ja im letzten Podcast noch gesagt, mir nutzt das ja nix hier in der Oberliga jetzt plötzlich Leute zu holen, die ich denjenigen vor die Nase setze, die das eigentlich hier aufgebaut haben, ne, und dann geht da nämlich alles den Bach runter. Und so ein bisschen, äh, höre ich den Korner da raus, wenn ich Union angucke. Ja, das kann gut sein, ja. Gut. Jo, aber jetzt könnten wir, glaube ich, mal weg vom Fußball, ne? Ja, jetzt sind wir doch durch, ne? Ähm, dann haben wir unsere Fragen, oder? Ja, gerne. Ich muss dazu sagen, ich habe heute eine Internetseite gefunden und die werde ich dir nicht verraten, weil da sind so viele geile Fragen drauf, die reichen, da trage ich für die nächsten zehn Folgen auf jeden Fall. Ich hoffe, du wirst diese Seite nicht finden, aber ich habe mich beim Lesen so totgelacht, von daher bin ich auf deine Antworten gleich gespannt. Okay, also dann ist die Meute jetzt hier aufgerufen, die Internetseite zu finden und mir zuzuschicken. Soll ich direkt auch schon mal loslegen? Ja, fang an. Okay, pass auf. Würdest du lieber die Toilette beim ersten Date zu Hause bei der Dame oder am ersten Tag am neuen Arbeitsplatz verstopfen? Oh Mann. Ich glaube, lieber auch für Arbeit. Also da hat man noch die Chance, dass es anonym bleibt. Aber stell dir mal vor, beim ersten Date, dann ist es auch dein letztes Date, muss man ja sagen. Also wenn man den Klempner braucht nach dem ersten Date, dann ist es, also wenn dann noch ein zweites Date bei rumkommt, dann ist es Liebe. Das ist dann die Richtige, ja. Dann ist sie entweder total pervers oder es ist Liebe. So Digi, ich starte heute mit ein bisschen mehr Tiefgang meine Fragen. Und zwar, würdest du lieber immer die Wahrheit sagen oder nie wieder? Oh, also da würde ich glaube ich ganz klar die Wahrheit nehmen. Ich sage mal so kleine Notlügen normalerweise, die finde ich nicht schlimm. Die hat jeder auch das Recht zu, finde ich. Ist nichts Verwerfliches, aber selbst die dürfte ich ja dann nicht mehr machen. Natürlich die Wahrheit, klar gibt es dann den einen oder anderen Ärger irgendwo. Aber wenn es sich herausstellt, dass du nur am Lügen bist, du verlierst ja alles. Also Freunde, Familie, alles. Nee, dann auf jeden Fall die Wahrheit. Man kann ja die Wahrheit sagen, aber trotzdem Dinge auslassen. Also dann ist es ja immer noch nicht gelogen. Wie siehst du das? Dann staut sich es im Bauch. Dann sieht man es dir an, wenn du im Meeting sitzt und schwitzt und mit den Fingernägeln an deinem Heft kratzt. Aber sieht man bei mir manchmal auch ohne diese Challenge. Was würdest du denn bevorzugen? Ja, doch auch immer die Wahrheit, auch wenn es nicht einfach ist. Im Restaurant, hat Ihnen alles gefallen? Nee, hat mir nicht alles gefallen. Heute sagt man ja immer, ja, alles gut, alles gut. Und vorher sagst du, boah, der Service könnte mal besser sein und so. Und dann kommt die Bedienung, ja, alles gut, alles gut. Dann komme ich zur zweiten Frage. Das Problem ist jetzt, ich habe hier fünf aufgeschrieben noch und ich kann mich nicht entscheiden. Ich mache es jetzt einfach mal aus dem Bauchgefühl. Okay, pass auf, würdest du eher immer nasse Socken oder immer einen Stein im Schuh haben? Immer nasse Socken. Ich glaube, da musst du tierisch oft zur Toilette. Würde mich dann auch nerven, aber so ein Stein im Schuh, der ist super ätzend. Nee, da bin ich zu empfindlich. Ich meine, nasse Socken hat man ja immer mal so. Ich meine, klar, durch den Sport oder so, bist du es dann auch so ein bisschen gewohnt. Aber ich gebe dir recht, so ein Stein ist bei mir, also du hörst ja automatisch aufzulaufen, weil das nervt einen. Da wird man ja total randösig dann dabei. Den muss man ja nicht fern. Ja. Ich glaube, ich bin auch für die nassen Socken. Gut, dann meine letzte Frage. Würdest du lieber mit voller Wucht einen Handball in die Fresse bekommen oder aus vollem Lauf beim Football weggedickelt werden? Boah, jetzt muss ich überlegen, welche Verletzung springt denn dabei raus? Also beim Handball siehst du dann auch aus wie Sven Ottke. Es ist eigentlich, es ist ein Unterschied, weil ich weiß nicht, durch die Gegebenheiten des Handballs, dass die Verletzung im Gesicht dann schlimmer ist, als durch einen Schuss beim Fußball. Weil beim Fußball habe ich schon das öftere Mal einen Ball gegen die Birne gekriegt. Ich meine, tut weh, du brichst jetzt nicht unbedingt was, aber nach ein paar Minuten bist du auch wieder klar. Aber ich glaube, beim Handball, da kann es schon mal übler werden. Also ich hatte beim Spiel der Deutschen gesehen, da hat jemand aus dem Rückraum geworfen, weiß ich nicht, ob Juri Knorr war, 125 kmh. Und den... Oh, ich glaube, der Ball tut mehr weh, ne? Und den plästert dir jemand aus drei Metern voll auf die Ohmme. Ich würde mich entscheiden, weggetackelt zu werden. Ich sage mal, du bist da ja auch geschützt. Vielleicht nicht unbedingt wieder auf die rechte Rippenseite, aber ich glaube, ich nehme das Wegtackeln vom Football. Sehr gut. Dann sind wir am Ende angelangt, unseres feinen Podcasts. Ja, wir können einen Ausblick geben auf die nächsten Male. Wir versuchen jetzt, natürlich merkt ihr ja auch, diesen zwei Wochen Rhythmus hier fest einzuhalten. Wir können es erstmal nicht enger takten, weil es dann doch noch ein bisschen Arbeit ist. Und wir auch beruflich und familiär noch einiges zu tun haben. Und wir werden die nächsten Male definitiv immer mit einem Gast verbringen. Und haben da zum Glück einige Bordler oder Funktionäre, die richtig Bock haben. Und die hier in den Podcast reingerührt haben und Interesse haben, einfach mal mitzumachen. Und werden da, können wir verraten, abseits des Fußballs, Footballs, Boxen sein. Und was Exotisches nehmen. Ja, seid gespannt. Wir haben auf jeden Fall schon was. Ich wusste, ich werde noch nicht verraten was, aber ich wusste bis vor kurzem noch gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Also zumindest, dass es auch professionell gemacht wird. Ich würde tatsächlich auch die Chance jetzt nochmal wahrnehmen. Ich habe es schon heute auf Instagram gepostet. Nochmal Dankeschön an euch alle. Wir haben jetzt in den zwei Monaten ca. 1000 einzigartige Hörer. Bedeutet, dass es wirklich einzigartige Menschen sind, die uns dann auch zuhören. Und knapp 2000 Downloads. Das heißt, wurden all unsere Folgen in Summe insgesamt 2000 Mal gehört. Ja, sehr cool. Also da vielen, vielen lieben Dank. Diggi und ich haben uns am Anfang des Podcasts, bevor wir, ja, als der Gedanke so rauskam, uns Gedanken gemacht. Wie viel Reichweite? Wo geht das überhaupt hin? Was ist viel? Was ist wenig? Wir glauben, dass es viel ist. Und das Feedback bisher ist so gut, dass wir definitiv weitermachen. Und wir sind trotzdem darauf angewiesen, wenn euch Dinge besonders interessieren, wenn euch Dinge nerven, wenn ihr Sportler habt oder Sportarten, die euch interessieren oder ihr jemanden kennt, den ihr hier in den Podcast reinbringen wollt, dann haltet euch nicht zurück. Schreibt uns, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns bei Instagram, bei Facebook, wo wir denn so rumlungern. Oder schreibt es unter die, in die Kommentarfunktion bei YouTube. Und dann nehmen wir es auf und wollen natürlich den bestmöglichen Content für euch liefern. Genau. Ja, die letzten Worte wären dann wie immer, wir wünschen euch heute, es ist ja abends noch einen schönen Abend, wir drücken die Daumen, ich weiß gar nicht, ist das Spiel schon zu Ende? Nee, zweite Halbzeit. Jetzt gerade sind die Nachrichten abgelaufen und jetzt geht's weiter. Also holt euch ein Bier, setzt euch vor den Fernseher. Jetzt, wenn ihr den Podcast hört, ist es gelaufen. Aber es ist ja nur das erste der vier Spiele. Jetzt spielen wir einen Zwei-Tages-Rhythmus. Also nächste Woche seht ihr definitiv auch noch zwei Spiele. Ja, also dann noch einen schönen Abend. Ja, viel Spaß beim Hören und wie immer hinterlasst doch gerne Kommentare oder ein Like und schenkt uns eine gute Bewertung auf unseren Streaming-Diensten. Und dir auch einen schönen Abend lang. DG, Dito, ja. Komm gut zu liegen, viel Spaß noch heute und wir hören uns die Tage. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.